hallo lukas fox hallo beschreibe deine musik mit drei worten ehrlich melancholisch und ab und zu auch fertig wenn ich vintage sage an was denkst du queen in der weihnachtszeit auf der kärntner straße ist es kalt bist du eher ein langschläfer ja bunt oder schwarz weiß bunt wie lang brauchst du für deine frisur zwei minuten japan ist eine sehr große stadt land was ist das schönste am winter skifahren hast du haustiere ja einen hund das was was war dein letzter kinofilm bohemian rhapsody die biografie von queen geil oder wie viel darf dein bühnen outfit kosten so viel ich am konto habe bist du heute schon auf youtube gewesen ja welches video hast du zuletzt gesehen das war eine dokumentation über freddie mercury kann ich nur empfehlen dass man einmal besser kennenlernt absolut danke lieber lukas ich sage danke gerne baba tschau tschüss